Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben am Dienstag mit dem Sturm auf das seit Wochen belagerte Stahlwerk Azovstal in Mariupol begonnen. Ukrainische Medien berichteten dies unter Berufung auf ukrainische Kämpfe im Werk. In der Ukraine wächst die Sorge, dass die russische Offensive insgesamt bald ausgeweitet wird. Es war bereits Tag 68 nach dem Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine. Das südukrainische Mariupol ist weitgehend zerstört und unter russischer Kontrolle. Aus dem berühmt-berüchtigten Stahlwerk Azovstal wurden nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 101 Menschen evakuiert. Die meisten von diesen seien nun in Saporizia, wo sie humanitäre Hilfe erhielten. Nach zwei Monaten konnten sie endlich wieder das Tageslicht erblicken. Das internationale Komitee des Roten Kreuzes, das ebenfalls an der Aktion beteiligt war, sprach von rund 100 Menschen, die am Dienstag Saporizia aus dem Werksgebiet von Mariupol erreicht hätten. Unter ihnen seien einige Verwundete gewesen. Im Stahlwerk selbst haben sich noch ukrainische Kämpfer verschanzt. Am Dienstag zitierte die Zeitung Ukrainska Pravda den Vizekommandeur des ukrainischen Azov-Regiments, Svetoslav Palama, mit den Worten, die ganze Nacht haben sie uns aus der Luft bombardiert und jetzt wird Azovstal gestürmt. Bei den jüngsten russischen Angriffen seien noch zwei Zivilisten getötet worden. Von russischer Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti meldete aber unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Auf dem Werksgelände verschanzte Azov-Kämpfer hätten eine Feuerpause genutzt, um an ihre Schießpositionen zurückzukehren. Diese würden nun mit Artillerie und aus der Luft attackiert. Insgesamt sollen in Mariupol immer noch 100.000 von ursprünglich mehr als 400.000 Einwohnern sein. Der russische Präsident Wladimir Putin könnte indes nach Spekulationen im US-Senders-Yenen und mehreren ukrainischen Medien bereits in wenigen Tagen in Russland den Kriegszustand verhängen und eine Generalmobilmachung anordnen. Auch der Chef der ukrainischen Militäraufklärung sprach von russischen Vorbereitungen auf eine offene Mobilisierung von Soldaten und Reservisten. Belege dafür gibt es bis jetzt noch nicht. Bisher spricht Russland offiziell nur von einer Spezialoperation in der Ukraine. Der Kreml reagierte vorerst nicht auf die Gerüchte. Nun blicken viele Menschen mit Spannung auf Putins Rede zur traditionellen Militärparade am 9. Mai in Moskau, mit der Russland jedes Jahr an den Sieg über Hitler-Deutschland 1945 erinnert. Beobachter halten eine Intensivierung der Gefechte für möglich, weil die russischen Truppen bei ihrer Offensive in der Ostukraine nur stockend vorankommen. Als eines ihrer Ziele nannte die russische Führung die angebliche Entnazifizierung der Ukraine. Die sorgt auch deshalb für Empörung, weil der ukrainische Präsident Zelensky jüdischer Abstammung ist. Äußerungen des russischen Außenministers Sergei Lavrov in dem Zusammenhang hatten heftige Kritik in Israel ausgelöst. Moskau legte daraufhin sogar noch einmal nach. Die Regierung in Jerusalem unterstütze das Neonazi-Regime in Kiew, erklärte das russische Außenministerium.